Baby Reindeer oder Rentierbaby auf Deutsch ist eine Miniserie, eine Drama-Miniserie, die ihr aktuell auf Netflix sehen könnt, die auch schon einiges an Buzz bekommen hat, gute Kritiken bekommen hat etc. Wo es um einen Mann geht, der von einer Frau gestalkt wird, um es mal ganz, ganz, ganz vereinfacht zu sagen. Eine Prämisse, ein Setup, eine Serie, die ich mir normalerweise nicht wirklich anschauen würde. Ich bin kein großer Fan von True Crime und auch kein großer Fan von Stalker-Geschichten etc. Warum True Crime, darauf komme ich gleich noch. Und im Bereich von Serien bin ich eh immer super langsam, deswegen gibt es auf diesem Kanal so wenig Serienkritiken. Aber ab und an hole ich dann doch mal eine raus, gerade wenn es eine ist, die wirklich etwas sehr besonders macht. Und Rentierbaby ist auf jeden Fall eine Serie, die ich so schnell nicht vergessen werde. Die ganze Geschichte beginnt mit unserem Hauptcharakter Donnie, gespielt von Richard Gadd, der bei der Polizeistation aufkreuzt und ganz, ganz vorsichtig fragt. So, hey, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich möchte gern, ja, ich werde gestalkt. Kann ich das hier irgendwo anzeigen? Woraufhin der Polizeiofficer ihn fragt, wie lange geht denn das schon? Und er sagt, sechs Monate. Woraufhin der Polizeiofficer wiederum sagt, und warum sagen sie oder melden sie das erst jetzt an? Und dann erfahren wir in Rentierbaby sozusagen, warum er das erst sechs Monate später zur Polizei gebracht hat. Das liegt nicht daran, dass die ganze Sache harmlos war, ganz im Gegenteil. Seine Stalkerin ist Martha, eine Frau Anfang 40, die eines Tages in der Bar aufkreuzt, in der er arbeitet, sehr, sehr in sich gekehrt, sehr, sehr, sehr allein aus dieser Welt heraus wirken, so ein bisschen. Und als er sie fragt, was sie denn trinken möchte, sagt sie, sie kann sich eh nichts leisten. Daraufhin gibt er ihr eine Tasse Tee aus und die ganze Schose beginnt sozusagen. Sie ist dann auf einmal jeden Tag in der Bar und teilweise den ganzen Tag auch in der Bar nur bei ihm, macht ihm Komplimente, wie toll sie ihn findet etc. Und zu Anfang findet er das tatsächlich auch noch ganz charmant. Ist ja schön, wenn jemand einem so ein bisschen Honig um den Mund schmiert. Aber mit der Zeit wird sie doch sehr, sehr aufdringlich. Schickt ihm dann mehrere E-Mails am Tag, teilweise auch mit starkem sexuellen Inhalt und so weiter. Und als er versucht, diese gesamte Spirale aufzuhalten, ist es schon viel, viel, viel zu spät. Wie gesagt, ich bin eigentlich kein Fan von solchen Geschichten, von Stalker-Geschichten. Ja, ich bin da einfach in diesem Crime-Genre nicht so drin. Und was eben noch obendrauf kommt, ist, dass ich ein großes Problem mit ganz, mit True-Crime-Geschichten habe. Und tatsächlich handelt es sich hier um eine wahre Geschichte. Und nicht so, wie man das am Anfang liest vor vielen Filmen, basierend auf einer wahren Geschichte. Tatsächlich erzählt die Person, der Mann, dem das passiert ist, diese Geschichte als diese Serie auf Netflix. Denn er hat die Serie sowohl geschrieben, er hat sie produziert und er ist der Hauptdarsteller. Das gibt dem Ganzen auf der einen Seite natürlich auch einen sehr interessanten Spin, wenn hier jemand aus dem echten Leben berichtet. Ich meine, natürlich ist das dramaturgisch immer alles angepasst. Das wird nie eins zu eins übersetzt worden sein wie aus dem echten Leben. Aber diese Nähe und diese Authentizität, die man hier hat, das ist doch sehr, sehr selten. Auf der anderen Seite finde ich es unglaublich voyeuristisch, ja. Ich habe deswegen mit dieser True-Crime-Geschichte, und ich hause einfach mal in dieses Genre rein, weil letztendlich ist es das irgendwo, deswegen oft so ein Problem, weil ich das Gefühl habe, ich bin totaler Voyeurist, wenn ich mir sowas anschaue oder anhöre, ja. Das sind Geschichten von echten Menschen, denen echt furchtbare Dinge passiert sind. Und ich höre oder sehe die nebenbei, während ich mir irgendwie einen Kaffee mache oder meine Wohnung putze oder zur Arbeit fahre. Das funktioniert für mich nicht so. Es soll kein Vorwurf sein, Leute, die sich das anhören. Es ist nur einfach ein Grund für mich, warum ich mich bei diesen Sachen oft ein bisschen unwohl fühle. Und tatsächlich hat auch Rentierbaby dieses Gefühl in mir ausgelöst, ja. Das sind echte Menschen. Klar, die Namen wurden verändert, etc. Aber der echte Typ, Richard Gadd, der jetzt hier Donny heißt, ist der Mann, dem das passiert ist. Und er erzählt seine Geschichte in einer inszenierten Netflix-Form. Das hat einen etwas faden Beigeschmack, finde ich. Das könnte auch ausschlachtend sein, ja. Er könnte ja auch diese Geschichte nutzen, um berühmt zu werden und viel, viel Geld zu machen, dafür andere Leute gegen die Wand zu werfen. Und irgendwie steckt das hier mit drin, ja. Richard Gadd selbst hat als Comedian angefangen, so halt eben auch Donny in dieser Serie. Der versucht, sich als Comedian irgendwie in England zu behaupten, aber halt merkt, wie unheimlich schwer das ist. Und durch diese Erfahrung mit Martha ist auch Richard Gadd letztendlich berühmt geworden. Er hat immer nach Aufmerksamkeit gestrebt, ist daraufhin eine Spirale des Stalkens reingekommen, was sein Leben fast zerstört hätte. Und das hat wiederum ihn dazu gebracht, dass er das erreicht, was er von Anfang an erreichen wollte. Das ist eine unheimlich komplexe, abgefuckte Spirale, die so jedweder Moral irgendwie entgegensteht. Das ist alles so grauzonig und das macht, um es einfach nochmal zu simplifizieren, die Story auf der einen Seite sehr interessant, ich habe mich aber stets wie ein Beobachter, wie ein Voyeurist gefühlt, als ich diese Serie gesehen habe. Was mich jetzt dazu bringt, zum einen diese Serie komplett gesehen zu haben und ich habe die sieben Folgen tatsächlich am Stück gebinged, das mache ich so gut wie nie, und sie tatsächlich auch als gut zu bewerten ist, dass das hier keine klischeebeladene Stalker-Geschichte ist. Ich meine, wenn man die Poster sieht oder vielleicht einen Trailer oder so und man sieht Martha als sehr übergewichtige Frau, die sich in den doch großen, schlanken Typen verliebt und ihn dann stalkt, dann kann das auch sehr schnell in so ein Mobbing verfallen, so ein Serienmobbing von wegen, guck mal, die dicke Frau in Anführungszeichen, guck mal, was die Blödes macht, guck mal, die sind ja alle ganz furchtbar, bla 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 bla. Das sowas, finde ich, kann schnell außer Kontrolle geraten mit so sehr platten Stereotypen. Aber Rentierbaby ist es nicht. Das ist keine Sendung voller platten Stereotypen. Das ist keine Sendung, die jetzt sagt, das ist die böse Seite und das ist die gute Seite. Der Film, die Serie, der Film, so viele Serien gucke ich, Die Serie öffnet sogar dieses ganze Täter-Opfer-Ding sehr stark auf und zeigt unheimlich, unheimlich nachvollziehbar, wie unheimlich das verschwimmen kann, wie schwer das irgendwann zu greifen ist, wenn man sich auch in so einer Opferrolle befindet. Denn umso mehr wir erfahren, was eigentlich in Donnys Vergangenheit so vorgefallen ist, umso mehr verstehen wir auf der einen Seite, warum er das so erst so spät gemeldet hat, aber so mehr verstehen wir auch, dass hier keine positive Heldenfigur von einer weiblichen Willen belagert wird, sondern dass diese Protagonistenfigur in dem Falle selbst deeply disturbed ist und mit unheimlich viel Trauma uns umzugehen hat. Und ich glaube, das ist so das Stichwort, was Rentierbaby am besten bezeichnet. Trauma. Das ist eine Serie voller Menschen, die unheimliche Traumata erlebt haben, die mit sich rumtragen und die wiederum in ihre Welt bringen, ja. Das sind Menschen, die mit ihren Traumatas vielleicht nicht offen umgegangen sind, die in sich reinfressen und die dann wiederum durch andere Dinge ausleben, was dann wiederum in andere Spiralen führt. Das ist eine Serie, die es in ihren sieben Folgen, wo die um die 30 Minuten alle gehen, unheimlich nachvollziehbar schafft, verständlich zu machen, dass Emotionen teilweise nicht nur kompliziert sein können, sondern sich aktiv widersprechen können, ja. Du kannst Emotionen haben, die komplett gegen das fühlen, was du eigentlich weißt, was richtig ist und was das vernünftige Handeln ist und du tust und fühlst es trotzdem. Warum? Damit setzt sich diese Serie sehr auseinander. Und da hilft es halt eben auch, dass der Hauptdarsteller halt eben auch der Drehbuchautor ist, der diese Geschichte wirklich erlebt hat. Denn es wirkt wie eine reflektierte Reise, wie eine Person, die zurückblickt auf eine sehr schwere und sehr harte Zeit in ihrem Leben und die wirklich ehrlich reflektiert und sich selbst nicht als Held inszeniert, sondern ganz im Gegenteil als sehr gebrochene Figur, als teilweise unheimliches Arschloch, als großer Feigling. Martha ist nicht rein die Bösewichtfigur in dieser Serie. Das Ganze ist so, so viel komplexer, deutlich ehrlicher und wirkt daher tatsächlich realistisch. Die Serie ist kein einfacher Watch, das muss man schon sagen. Irgendwie hatte ich so im Kopf, dass das wohl auch ein bisschen Comedy ist. Ich dachte eigentlich, so eine Comedy-Drama-Serie. Und ja, der Comedy-Aspekt ist hier drin, einfach aus dem Grund, weil Donnie halt eben ein Comedian ist und halt eben auch der Writer damit hingehend ein Comedian ist. Und teilweise funktioniert die Comedy auch, aber sie speist sich meistens daraus, wie unheimlich absurd oder extrem die Situation letztlich ist. Auch das, das Groteske, kann lustig sein, ja. Und das funktioniert bei Rentierbaby immer mal wieder gut. Es gab auch Phasen, wo ich dachte, es könnte für mich auch deutlich ernster sein, es muss jetzt nicht ständig diesen auflockernden Joke drin haben. Es wirkte auf mich fast ein bisschen, als hätte die Serie ein bisschen Angst, dass die Leute da nicht dranbleiben. Weil die Subject Matter, worum es geht, letztendlich ist teilweise so düster. Wer hier auf ein Comedy-Ding irgendwie hofft, wie ich teilweise wohl auch, dem wird sehr schnell der Teppich in den Füßen weggezogen. Denn die Themen, um die es hier geht, das ist nicht nur Stalking, das ist auch sexuelle Gewalt, ja. Da steckt viel in der Vergangenheit drin. Und das wird sehr explizit, nicht unbedingt gezeigt, aber verhandelt. Es gab, also diese Sendung hat mich sehr betroffen gemacht. Die hat mich sehr unwohl fühlend zurückgelassen. Auf der einen Seite hat sie mich fasziniert, wegen einer guten Machart, gutem Schauspiel mit Sicherheit und ihrer emotionalen Komplexität. Aber ich habe echt dranbleiben müssen, weil ich es teilweise wirklich heftig fand, mit was für Themen, wie diese Serie damit umgeht. Wie ehrlich, wie direkt. Das macht den Reiz der Serie aus. Das finde ich auch gut. Und die Serie hat tatsächlich auch an manchen Punkten direkt Einblendungen von Telefonnummern und Links, wenn du zum Beispiel gestalkt wirst. Oder wenn du jemanden kennst oder selbst jemand bist, der mit starkem Traubertau umgeht und nicht weiß, wann er sich wenden soll. Die Sendung will dir schon als Zuschauer zeigen, Moment mal, es ist nicht alles so einfach, es ist nicht so schwarz und weiß, es ist nicht so leicht zu verdammen, da steckt so viel mehr drin. Und wenn du selbst zu diesem Kreis gehörst, hier kannst du Hilfe finden. Das finde ich insgesamt schon ziemlich cool. Ich würde Rentierbaby am Ende daher 8 von 10 Punkten geben, denke ich. Ich finde es unheimlich schwer, diese Sendung zu bewerten, wenn ich ehrlich bin. Es ist nicht vergleichbar mit The Zone of Interest, aber es hinterlässt mich mit einem ähnlichen Gefühl, dass ich diese Review hier nicht aufnehmen will, um irgendwie was einzuordnen oder für den Spaß daran, so ein bisschen darüber zu reden, sondern wirklich, weil ich das Gefühl habe, das hier ist was Besonderes, es ist aber etwas, was sehr realitätsnah ist, was sehr nah am Leben ist, was sehr nah am Leben von Leuten ist, die wir aktiv in dieser Serie sehen. Und das hat auch schon sehr negative Folgen gehabt. Ja, Leute haben schon die echte Martha ausfindig gemacht und belästigen die jetzt natürlich wie verrückt. Manche wünschen sich eine zweite Staffel. Die Leute haben, glaube ich, nicht verstanden, was das hier für eine Sendung letztendlich ist. So ein Thema in die Öffentlichkeit zu tragen, ist schwierig. Ja, und deswegen stehe ich Rentierbaby auch einer gewissen Skepsis gegenüber. Ja, weil ich halt das Gefühl habe, es hat einen voyeuristischen Effekt auch. Und es hat natürlich den Effekt, dass es seinen Hauptdarsteller sehr berühmt macht, auf Kosten von vielen anderen Menschen, die man sehr schnell ausfindig machen kann. Egal, was die letztendlich getan haben oder nicht. In dem Moment, wo du das öffentliche Licht drauf scheinst, verändert sich eben nicht nur alles für die Hauptfigur, sondern auch für alle anderen. Das muss man wissen. Und das finde ich teilweise ein bisschen schwierig. Was ich aber, wie gesagt, an der Serie grundsätzlich sehr positiv fand und weswegen ich sie auch geguckt habe und gut fand ja insgesamt wirklich, ist, dass sie so ehrlich mit diesen Themen umgeht. Dass sie nicht versucht, eine Person zu verdammen und dass der Protagonist versucht, sich irgendwie in eine Heldenposition zu drücken irgendwie und besonders zu profilieren. Nein, 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 das ist schon, das wirkt für mich mehr wie sowas wie zum Beispiel Bo Burnham's Insight. Ja, wirklich ein Ausdruck der inneren Gefühle in Form von Kunst, in Form von einer Serie in dem Fall. Die Verarbeitung des eigenen Traumas in dieser Serie. Sehr ehrlich, sehr hart, ziemlich brutal teilweise, psychologisch. Ja, es gibt jetzt keine Serie, wo Blut rumspritzt. Psychologisch sehr, sehr, sehr heftig. Kein Comedy überhaupt. Wenn man dafür den Magen hat, kann ich es empfehlen. Aber auf jeden Fall sollte man sich vorher, sollte man vorher wissen, mit was man sich hier befasst. Wenn ihr die Serie gesehen habt, würde ich mich natürlich sehr interessieren, was ihr davon gehalten habt. Schreibt mir das gerne in die Comments. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich ebenfalls sehr freuen. Und dann wünsche ich euch, ja, noch eine schöne Restwoche und sage Ade.